Ja! Ach du Scheiße! Oh, oh, die zappelt ja. Wenn das von vorne so aussehen wie von hinten hochkommt. Ich hab gar nicht gelernt. Guckt euch die Haare schon an, alleine! Ähm, wir sollten sie erst anklagen und dann reinspeisen, war das. Ja, aber... Oh, oh, dieses Gesicht! Echt? Ich hatte kurz die Ungunst, das zu sehen. Legt sie dort aufs Feld. Ja, legt sie ab. Ich wollte jetzt nicht sagen, schmeißt sie weg. Das Liegen tritt sich, wer ist da? So, wer kann doch gar nicht unschuldig sein? Ja. Seht ihr euch an! Naja, sie ist halt unschuldig. Naja, also... Sieh nicht so durch den Dreck, das landet doch alles in Wasser. Ja, äh... Wer brachte uns dieses Weib? Wer brachte uns dieses Weib? Auch wieder so mutig gewesen ist abgehauen. Ja, ja, ja. Ich hab sie gesehen. Sie hat die Frau, äh, sie hat den Müller verführt. Und andere verheiratete Männer. Sie hat in fremden Zungen gestoppt. Ja, guck, beweist mir das Gegenteil, Weib. Man hat dich des Nächten gesehen, wie du mit dem Teufel getanzt hast. Also gut, der erste Punkt ist Hurerei, den Klappen. Den verhandeln wir hier nicht. Äh, äh, kleiner Test. Wie schreibt man deinen Namen? Anna. Sie kann nicht nur schreiben! Das ist schlimm. Ja, ja, ja. Also belesene Frau. Das geht gar nicht. Nee. Eben. Gebildete Weiber. Ja, nee. Eher unwahrscheinlich. Ja, das liest sie wahrscheinlich in Hexenbüchern. Genau. Und liest wahrscheinlich auch wo ganz anders drin. Ja, genau. In den Eingeweiden von geschlachteten Tieren. Ja. Und dann müssten sie ja Metzger sein. Ist doch voll nicht normal. Bin ich. Aha, sie zieht sich auch außerhalb der Menschheit. Ja. Eindeutig. Ja. Das sind eindeutige Gründe. Sieht so davon. Ehe den Fremden gezogen. Ja, das ist gut. Ja, hat komische Bilder auf der Haut gemalt da. Das sieht, glaube ich, rot. Ach, das ist ja auch noch nicht christlichen Glauben. Ja, das sieht aus. Was ist, liebe Frau? Fui? Ja. Du so, deiner dürren sind Zügel in eine Frue. Fui, Fui, Fui. Natürlich spricht sie in Fremden zum. Oder habt ihr schon mal versucht, einen Weib zu verstehen? Nein. Entschuldigung, aber die Kompliziertesten sind ja eindeutig die Beine. Hexe! Das reicht mir. Das hat mich überzeugt. Auf den Turm mit dir. Komm, 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 komm. Hexe Anna auf den Turm. Ja, ja, machen wir auch. Wir machen jetzt Anna nass. Genau. Habt ihr den Flunsch gesehen? Ich bin doch einfach so gerne im Latim-Visit, würde das Problem... Nee, ruhig auf den Turm sein, Schaf. Nee, 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 nee. Ich wollte sagen, die lange Treppe. Ich möchte einen richtigen Prozess. Ich könnte mich als Richter anbieten. Ich bin unverteilt. Mann! Sehr gut. Wir sind in der Hand. Na ja, ja, wieder mal kein Musikerankläger da. Nee, also brauchen wir wohl doch wieder die kleine Spiegel. Hast du jetzt gesagt, ich hab... Oder? Oder sollen wir ihm einen Schuss erlauben? Einen einzigen? Erlaubt ihn ein! Ich glaube, er schafft es mit einem Schuss. Ich würde ihn auch drei anbieten. Aber wenn du daneben stehst, und ich den Maul-Helden, Maul-Helden-Punkt, dann würde ich es gezeigt haben. Und was der will, könnte dieses Weibes ausgehen. Und das Stimme ist, sie wird sich ganz übel an dir rechen wollen. Seid ihr mutig genug dafür oder haust ihr wieder an? Ich wollte nur ärgerlich. Hey, geiler! Ihr habt es gesehen, er schlägt ein. Nicht, dass er nachher jammert. Ja, natürlich. Und den schlechtesten Pfeilen. Und falsch und gespannt ist er auch noch. Ja, sei verstanden. Na ganz gut. Mit dem Pfeilen wäre das ja eher ein Drittelschuss, oder? Ja, passt so. Also, wir scheinen weit genug zu sein. Das Volk zählt von innen bei uns. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Das Volk zählt. Fünf, vier, drei, zwei, eins! Er kann nicht zählen, das haben wir ja sehr gemerkt. Ich würde sagen, wir helfen ihm ein kleines bisschen. Ich würde nicht in der Lage einen Schritt zurücktreten. Ja, genau. Ja, einen großen Schritt zurück. Soll ja fair sein gerade. Genau, die Kinder durften ja auch einen Schritt vor. Genau. Also. Ja, genau. Letzter Versuch. So, seid ihr soweit? Das hat er ja. Ja, G36. Wir zählen ganz schnell. Fünf, vier, drei, zwei, eins! Nicht mal das schafft er auch. Ja, nein, warum ist das immer zu früh? Ja, nein, warum ist das immer zu früh? Ja, nein, warum ist das immer zu früh? Ja, nein, warum ist das Wasser zu stoßen? Super, er versucht's. Ja. Mit einem Bohm oder Armbrust? Armbrust. Armbrust. Ruhig überhalten. Wachbäste wird's dir gezeigt. Zieh, zieh dir ein Stück vor. Ja, bitte. Bitte nochmal. So, ihr gerät. Genau. Er schießt sie auch vorbei. Ruhig überhalten. Heute heißt das Namens Dünner, nicht Vetter. Wie, was? Er heißt auch Kevin. Oh, ho, 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 ho. Kevin ist wohl weit. Sind wir, glaube ich... Okay. Hoppa! Das war... Das war... Fehlzündung! Ja. Das war... Das zählt ja. Da hat er schlecht gespannt. Ja, genau. Also, jetzt kommt dann der erste Schuss, wo wir vorher zielen werden. Von fünf Rögel bis zu null. Schon dann nur sagen wir los. Wir wollen also das Ding, wenn's nicht los ist. So, sind wir soweit? Wir sind soweit. Moment. Das Volk zählt. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los. Los. Das war aber ganz gut. Nicht schlecht. Ein sehr guter erster Schuss. Und... Gucken wir mal wieder ein zweites und wir. Ja. Gucken wir mal wieder ein zweites und wir. Sind wir soweit? Jawohl. Das Volk zählt. Das Volk zählt. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los. Also, zählt jetzt gleich doch noch lieber einen Schritt vor. Ja, genau. Einen Schritt. Einen kleinen Schritt nach vorne. Macht eigentlich gar keinen Unterschied, aber irgendwie wirkt es. Super. Und jetzt noch einmal, um Lukas richtig anzufeuern. Mit Innenbrunst. Alle zusammen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los. Hexe. Er hat getroffen. Ich hab's gesehen. Eindeutig eine Hexe. Zurückkrabbeln gibt's nicht. Wir geben ihm eine andere Waffe. Wir geben ihm eine andere Waffe. Gehen wir in den Nahkampf rüber. Geh' vor kurz. Gerr, ja. Hey, hey, hey. Gleich die Dreieck. Gleich die Dreieck. Gleich die Dreieck. So. Du nimmst jetzt die Dreieck. Und wenn das Volk gleich losbrüllt, dann gehst du gemessenen Schrittes ganz langsam. Stell dir vor, du arbeitest auf der Baubehörde. Bauamt. Ja. Geh' nach vorne. Und tipp's mit der Hexe. Mach' mal los. Jetzt haben wir bewusst, dass der heute noch anfangen soll, ne? So. Das bringt Lukas hin. Grof, ich bin nicht platzen. Ich hab' Zeit. Wir haben noch was zu tun. Das Volk zählt. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Groß. Oh. 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 Super. 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 Wir haben noch einen kleinen Stein aus. Von der Dame. Die wir von unserem Steinehaber haben. Der sie uns zur Verfügung stellt. Und es ist eindeutig eine Hexe. Ihr taucht wieder auf. Ah ja. Nun, da ist noch eine Aufgabe. Der Mann mit der großen Schnauze muss ja doch seine Grenzstraße halten. Dann darf er den Hintern etwas versohnen. Moment, 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 Moment. Wir haben noch die Richtlinie. Ach so, entschuldige, ich wollte meine Nummer mal sehen. Und bitte warte, wir zählen mit. Nein, schön vergessen, ne? Genau, ähm, nicht. Das Gesicht sauber, das sieht nicht aus. So, ein bisschen das Gesicht sauber, man. Ja, also, das wollen wir mitzählen. Fünf Schläge sollten... Weil du es verdient hast. Fünf Schläge auf die Afterballen sollten genug sein. Und das Volk zählt bitte mit Schlag für Schlag. Eins... Null! Eins... 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 Zwei... Jetzt weiß er gar nicht. Du kannst ja beizählen. Ich kann nicht bis zwei zählen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich zähle ihn nur noch mit. Ja. Wir zählen jetzt so langsam. Ich weiß nicht. Wir Menschen... Zwei! 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 Was kommt nach der zwei? Eins... Der zuckt ja nicht mal. Was ist denn da? Also, es will nicht mal für euch nennen. Ja. Wenn ihr das nicht hinkriegt. Eins, zwei, drei, vier, zwei, drei, zwei, vier, fünf, fünf. Das ist ein Unglaubnis. Dann befreit ihn mal aus dem Prager. Dann jag ihn mit einem Arschtritt davon, wie es sich gehört. Dann sag mal ganz laut, komm du mir mal nach Hause. Das ist jetzt mein Alk? Tja, aber da hast du nicht recht. Ich seh mit. Kommt raus. Noch mal einen Applaus für das Karte. Aber erledigt mir, Gott, da bin ich so rausgegangen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch Spaß gemacht.